Wir zeigen Ihnen hier auf der IFA 2011 in Berlin das Samsung Galaxy S2 LTE mit supergroßem 11,4 cm AMOLED 2 Display. Sie können dieses Smartphone natürlich ganz herkömmlich zum Telefonieren nutzen, aber auch viele andere Dinge, Ihre Kontakte verwalten, Nachrichten schreiben oder aus verschiedenen Anwendungen wählen, wie zum Beispiel Beta-Applikationen und viele mehr aus dem Android-Market. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Gerät etwas näher bringen. Vielen Dank.